Kann ich mich einfach da hinsetzen? Leider nicht, der ist reserviert, das kostet. Wieso? Sie haben jetzt auch nur 40 bis 100 Euro für ein Ticket gezahlt, also da ist ja kein Sitz dabei. Aber warum nicht? Wie kann man es denn am besten vergleichen? Ach so, wenn Sie jetzt ein Hotelzimmer buchen, ist da dann das Bett auch kostenlos dabei? Ja. Okay, ja, kenne ich so nicht, aber wenn Sie einen Flug buchen, dann müssen Sie ja auch auf dem Gang vor der Toilette sitzen. Das ist aber ein Luxus. Ah, aber wenn Sie ein Buch kaufen, dann bekommen Sie ja auch nur das Papier und die Buchstaben kosten dann halt nochmal extra. Was? Nein, da habe ich jetzt echt 70 Euro gezahlt, nur um einfach hier drin sein zu dürfen. Komm, jetzt seien Sie da nicht so. In anderen Ländern müssen Sie sich so außen am Zug festklampfen. In Europa? Ja. Weiche? Also Frankreich und Belgien ziemlich sicher. Nein, das ist einfach nur Abzocke von euch. Ja, aber wenn Sie eine Zahnpasta kaufen, dann ist ja… Ist okay, ich habe es gekauft, ich habe keinen Bock mehr. Hier, ich habe Platz 24. Da sitzen welche? Ach so, ja. Man kann sich heute die Reservierung nicht anzeigen lassen, das ist eine technische Störung. Sie müssen einfach nur mit dem kämpfen, dann passt das. Also…